Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Sonntag, den 4. März 2018, nehme ich jetzt den fünften Teil auf der Lesung des Buches von Griesinger über die Jesuiten. Und ihr habt vielleicht mit mir gelacht auf die Art und Weise, wie ich die bestimmten Städte und Eigennamen und sowas manchmal ausgesprochen habe. Und dann dachte ich, vielleicht hilft es mir ja, das englische Buch zur Hand zu ziehen. Das habe ich auch auf dem PDF. Hier ist es. Und das ist jetzt auf der Seite aufgeschlagen, wo wir jetzt gleich weiterlesen. Das ist hier Seite 51 im PDF. Aber das ist ein anderes PDF. Ist doch wurscht. Das kommt von Vatican Assassins. Ihr erinnert euch doch sicher an die Stadt, die ich nannte Ulala. Die heißt also Alcala, habe ich hier im Englischen gelesen. Wie ihr seht, ist das im normalen lateinischen Buchstaben geschrieben. Und von daher deutlich besser lesbar. Nichtsdestotrotz, das ist auch eine Mistkopie, wenn man sich die Qualität hier anguckt. Aber ja, ich lese ja nicht das Englische für euch. Ich lese ja das Deutsche für euch. Also, die Stadt Ulala heißt Alcala. Naja, das musste man erstmal sehen, dass das da vorne ein A war anstatt ein U und das dann ein K war. Also, ich habe das nicht gut gelesen. Dafür meine Entschuldigung, wie gesagt. Aber ich bin ja nicht hier, um mich zu entschuldigen, sondern um das Buch zu lesen. Und wenn ich hier und da mal irgendwelche Eigennamen vergewaltige, weil ich es nicht gut lesen kann, dann seht mir das nach. Wenn ihr es besser könnt, schreibt das in die Kommentare. Dann weiß ich zumindest hinterher, wie die Namen richtig sind. Und heute, bevor ich irgendwo dran verzweifle, dachte ich, ich nehme die englische Lesung bei. Da finde ich das vielleicht früher oder später wieder, wenn ich irgendwo mal stecken bleibe. Aber natürlich auch die Hoffnung, dass jetzt nicht deswegen die Lesung länger dauert, weil ich im Englischen was nachschlagen muss. Aber von daher hilft es natürlich, wenn man nebenbei auch Englisch kann. Gut. Also, die fünfte Lesung in dem Buch von Griesinger. Den Titel weiß ich noch nicht. Wir sind ja immer noch in dem selben dritten Kapitel. Ignatius in Rom. Und wie es da weitergeht, das werden wir jetzt sehen. Und dann werde ich da jetzt mal weiterlesen auf Seite 59 in dem PDF-Zähler, den ich hier habe. Und wir hatten ja gerade gelesen, dass es eine ganze Gruppe gab, die sich damit beschäftigt hat, diese Konstitution, also die Verfassung der Jesuiten zu erstellen. Aber dass man nicht vergessen sollte, dass Ignatius immer noch derjenige war mit seiner unbesiegbaren und überdauernd, alles überdauernden Willenskraft, dass ihm enorm viel davon zuzuschreiben ist. Und ich hatte ja eine Erklärung darüber gegeben, wo seine Willenskraft und sein unbesiegbarer Feuereifer herkamen. Also lesen wir jetzt weiter, ohne jetzt zurückzugehen. Wenn ihr das gerne möchtet, dann könnt ihr euch das andere Video nochmal den Rest anschauen. Ich lese hier jetzt ganz einfach weiter, weil wenn ich zurückgehen wollte, seht ihr, das ist eine ganze ununterbrochene Seite. Wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also fangen wir hier im zweiten Absatz auf Seite 41 im Buch oder 59 im PDF an. Man wird sich nämlich wohl denken können, sagt der Autor, dass Loyola und seine Gefährten durch ihre Kleidung, schon und noch mehr durch die Art und Weise, wie das Publikum haranguierten, das ist auch so ein Wort, das verstehe ich nicht, aber das ist ja nun deutlich, haranguierten, wie sie das Publikum haranguierten, großes Aufsehen in Rom erregten und sogar in kurzem bei einem großen Teile der Einwohner eine Art von Zelebrität wurden. Also sie wurden, was wir heute nennen, VIPs oder wie nennt man das auch in Neudeutsch? Diese Promis, Prominente. Sie wurden also sehr zelebriert, gefeiert. Schon dies erregte den Neid der anderen, besonders der niederen Geistlichen. Und dieselben beklagten sich mit mehr oder minder Recht, dass die neu aufgetauchten Schwarzröcke, so nannte man sie in Rom, das kommt auch jedes Mal, ne? So nannte man sie in Rom, ihnen ins Handwerk griffen. Noch zorniger gebärdeten sich die Mönche, und als vollends laut wurde, dass es die Absicht des Ignatius sei, einen neuen Orden zu gründen, dann kannte ihre Wut gar keine Grenzen mehr. Was? riefen sie, und zwar als erste Stimmführer die Augustiner und Dominikaner, welche bisher gewohnt gewesen waren, die fettesten Bissen des Volkes in Anspruch zu nehmen. Was? Unter sich ist durch die... Äh... Unser... Was? Unser Tisch ist durch die leidige Reformation und die Aufklärung, welche unter die Leute gedrungen ist, ohnehin schon sehr geschmälert. Und jetzt wollen sich gar noch einige hergelaufene Vagabunden eindrängen, um uns noch den letzten Rest zu ver... ver... verkümmern? Nein, das soll ihnen nicht gelingen, und wenn wir Leib und Leben daran setzen müssen. In der Tat gingen die genannten Mönche auch sogleich ans Werk, und ließen die... äh... ließen die... äh... Minen springen, um den Ignatz und den Seinigen zugrunde... und ließen alle Minen springen, um den Ignatz mit den Seinigen zugrunde zu richten. Aber was die Minen hier sind, das weiß ich jetzt nicht. Namentlich streuten sie auch den Verdacht aus, die Schwarzröcke seien geheime Anhänger der neuen Lehren, also Luthers und der Reformatoren, und forderten die Inquisition auf, gegen diese gefährlichen Emissäre, welche schon in Spanien den Händen der Gerechtigkeit nur durch Lügen entschlüpft seien, einzuschreiten. Infolgedessen wurde eine Untersuchung eingeleitet, und wenig fehlte, so wäre Ignatz verhaftet worden. Allein in dieser Beziehung, d.h. in Beziehung auf die Ketzerei, stand niemand reiner da als er, und so konnte es ihm natürlich nicht schwerfallen, sich von dem gemachten Vorwurf vollständig zu rechtfertigen. Ja, ja, nicht genug an dem, sondern es gelang auch seinem rastlosen Drängen, durch einen am 18. Dezember 1538 erfolgten Urteil Spruch des Gerichts eine förmliche öffentliche Genugtuung durchzusetzen, welche für seine Anhänger äußerst demütigend, für ihn aber äußerst ehrenhaft ausfiel. Seit dieser Zeit stieg der Kredit Ignatzens mit jedem Tage um ein Bedeutendes, und er beeilte sich natürlich denselben zur Gewinnung neuer Gönner und Anhänger aufs Nachdrücklichste auszubeuten. So gewann er unter anderem den Franziskus Strada, einen durch seine Gelehrsamkeit ausgezeichneten Mann, so den Pietro Vodaci, einen höheren Offizier und Anverwandten des Papstes, welcher sein ganzes sehr bedeutendes Vermögen der neuen Gesellschaft zur Verfügung stellte. So den Quirino Marzoni, der dem Ignatius bei St. Trinita am Fuße des Bergs Quirino ein eigenes Haus einräumte, um darin mit seinen Gefährten zu wohnen. Des Berges Quirino Quirino ist einer der sieben Hügel der Stadt Roms, für diejenigen, die das nicht wissen. Doch nicht bloß unter den Reichen und Vornehmen suchte sich der Prophet zu erwerben, sondern er spekulierte auch insbesondere auf die Freundschaft der großen Masse. Und deswegen war es einer seiner Hauptgrundsätze, den er nie aus den Augen verlor, die Armen und Notleidenden durch die milden Gaben, welche er von den Reichen erbettelte, zu unterstützen. Dies hat er namentlich im Winter von 1538 auf 1539, wo er in der Hungersnot viel Elend in Rom verbreitete, und man kann sich daher denken, wie sehr die Schwarzröcke vom gemeinen Mann verehrt wurden. Wenn aber dies der Fall war, wenn vornehm und gering zu gleicher Zeit das Lob des Ignatius im Munde führten, musste da nicht der Papst, um dessen Gunst war es ihm des zugründenden Ordens wegen von allem zu tun, immer mehr auf ihn aufmerksam, immer mehr auf ihn gewonnen werden? Eben aus diesem Grunde machte er sich jetzt auch an die Belehrung der Juden, denen es damals in Rom sehr viele und sehr Reiche gab, und bald durfte er sich rühmen, nicht geringe Resultate erzielt zu haben. Freilich, aber durch welche Mittel? Unter anderem durch eine vom Papste erwirkte Verfügung, dass kein Arzt an das Krankenbette eines Juden treten dürfe, bevor dieser nicht gebeichtet habe, respektive zum Christentum übergetreten sei. Das muss man sich mal vorstellen. Eine vom Papst erwirkte Verfügung, dass kein Arzt an das Krankenbette eines Juden treten dürfe, bevor dieser nicht gebeichtet habe, respektive zum Christentum übergetreten sei. Eine frühe Form des Konvertieren oder Stirb würde ich das mal nennen. Ignatius setzte also den Juden sozusagen das Messer an die Kehle, um sie zu belehren, und wir können hieraus jetzt schon einen Schluss ziehen, von welchem Geiste die Kompaniegesellschaft Jesu beseelt sein musste. Da hatte ich ja in den vorigen Lesungen deutlich genug drüber gesprochen, welcher Geist diese Gesellschaft beseelt. Ich musste mal kurz einen Schluck nehmen von meinem Ingwerwasser hier. Das muss zwischendurch mal passieren. Entschuldigung dafür. Aber der Punkt, den der Theodor Griesinger hier macht und den ich jetzt auch gerade gemacht habe, also ein Arzt kann dem Juden nur zu Dienste sein, wenn der Jude vorher zum Christentum übergetreten ist und gebeichtet habe. Juden beichten ja nicht, also von daher muss er ja zum Christentum übergetreten sein und gebeichtet haben und dann erst darf der Arzt zu ihm, das ist eine der ersten Formen meines Erachtens, das Konvertiere oder Stirb. Und Ignatius setzte die Juden also das Messer an die Kehle. Ja, eben, Konvertiere oder Stirb, um sie zu begehren. Und wir können hieraus jetzt schon einen Schluss ziehen, von welchem Geiste die Kompaniegesellschaft Jesu beseelt sein musste. Das ist nicht der Jesus Christus der Bibel. Ganz einfach. Das ist der Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche, der Tammus aus Babylon. Am allermeisten übrigens wusste sich der neue Ordensstifter dadurch in die Höhe, wusste sich der neue Ordensstifter dadurch in die Höhe zu bringen, dass er die Damen Roms für sich zu gewinnen suchte, und zwar insbesondere die jene Klasse von Damen, deren Rahmen man in gebildeter Gesellschaft sanft nicht in den Mund nimmt, sonst nicht in den Mund nimmt. In der Zeit nämlich, in welcher unsere Geschichte spielt, also 1530er Jahre, herrschte in Rom, wie allgemein bekannt ist, eine fast grenzenlose Zügellosigkeit, und erschien beinahe, als ob sich die Kurtisanen von ganz Italien hier zusammengefunden hätten. Jeder, der nur irgendüber Geld verfügen konnte, er sei nun ein weltlicher oder ein geistlicher, ein verheirateter oder ein unverheirateter, ein junger oder ein alter gewesen, hielt sich seine eigene Mätresse, und nicht wenige begnügten sich kaum mit Zweien oder Dreien. Davon war aber keine Rede, dass sich diese Schamlosigkeit hinter die Mauern der Häuser zurückgezogen hätte, sondern die besagten Damen stolzierten bei Tag wie bei Nacht in den Straßen umher, und bei allen Aufzügen, sowie besonders auch in den Kirchen, waren sie immer diejenigen, die sich in ihrer halbnackten Schönheit ganz vorn hinstellten. Über dem wimmelte es in der Residenz des Nachfolgers Christi von jener noch verächtlicheren Sorte weiblicher Geschöpfe, welche man unter dem Namen der öffentlichen Dirnen kennt. Und da sich alljährlich eine überaus große Anzahl von Fremden in Rom einzustellen pflegte, einzustellen pflegte. Wo steht das jetzt hier? Hier habe ich den Satz verloren. So fanden Tausende und Abertausende von verlorenen Mädchen Gelegenheit, von der Preisgebung ihrer körperlichen Reize, ihr elendes Dasein zu fristen. Das, was hier der Autor beschreibt, ist genau das, was Martin Luther bemerkt hat, als er 20 Jahre vorher in Rom war. Er hat ja zwischen 1510 und 1520 Rom besucht und damals hat er auch den Ausspruch geprägt, wenn es eine Hölle gibt, Rom ist darauf gebaut. Und eben gerade deswegen, weil er diese Verludertheit, sage ich jetzt mal, in Rom gesehen hat, diesen Abfall, diesen moralischen Abfall, im Grunde, man fühlt sich wohl, denke ich mal, wenn man da gewesen ist in der Zeit, zurückversetzt in die Zeit von Sodom und Gomorra, mehr oder weniger. Und genau das ist eben Martin Luther damals auch aufgefallen, als er da war und hat ihn ja darin bestärkt, dass Rom so doch nicht das Königreich unseres Herrn Jesu aus der Bibel sein kann. Nun, das war nun allerdings ein großer Skandal. Allein da es in anderen großen Städten auch nicht viel gesitteter zuging und es in Rom, seit es die Hauptstadt der Christenheit geworden war, schon viel liederlichere Perioden gegeben hatte, so würde man auch jetzt höchstens Orts ein Auge zugedrückt, höchsten Orts ein Auge zugedrückt haben, wenn nur ein Umstand nicht gewesen wäre. Ein Umstand nicht gewesen wäre. Ich meine den Umstand, dass Luther damals die Regeneration des Christentums predigte und dass alle seine Anhänger mit Fingern auf die Cäsarenstadt deuteten. Ja, man gab ihr jetzt allgemein in Deutschland den Namen Babylonische Hure, welchen Luther für sie erfunden hatte und selbst in den Ländern, in welchen der römische Glaube noch am unangetastetsten florierte, also Spanien zum Beispiel, jauchzte aller Welt dieser Benennung Beifall zu. Solches musste anders werden, wenn nicht der größte Schaden für den Papst und seine Herrschaft daraus erwachsen sollte. Und Antichrist-Papst Paul III. setzte daher eine Kommission von Kardinälen nieder, die sich mit den Mitteln, das Übel zu beseitigen, beschäftigen sollte. Also, mit anderen Worten, um es mal deutlich zu sagen, ich mache den Fuchs zum Bewacher des Hennenhauses, der Hühner, des Hühnerstalls. Ja, weil die Kardinäle sind ja auch durch und durch schlecht. Idolatoren, abergläubische, babylonische Satans-Anbeter. Wie der ganze Kardinäle, wie der ganze Vatikan. Wenn ich doch aus der Reihe des Vatikans keinen nehmen, um den zu reorganisieren. Kann ja nicht funktionieren. Das ist genau, wie Christus damals sagte. Satan kann nicht Teufel austreiben. Satan kann nicht Satan austreiben. Na? Die Kommission trat zusammen und hielt mehrere Monate lang jede Woche eine Sitzung. Das ist doch schon mal unglaublich viel. Die besagten Mittel dagegen fand sie nicht. Denn von dem einzigen Vorschlag, der Verstand, von Verstand, der gemacht wurde, nämlich dem, die verrufenen Dirnen mit Gewalt aus der Stadt zu schaffen, musste man gleich wieder abstehen, weil sonst eine Revolution unter dem Pöbel zu befürchten gewesen wäre. Die Zügellosigkeit feierte also fort und fort ihre Orgien und die Kirchenfürsten befanden sich in der trostlosesten Verlegenheit. Da trat Ignatius von Loyola auf den Schauplatz und was die mit der höchsten Macht bekleideten Kardinäle hatten aufgeben müssen, das setzte er allein durch. Wie nun aber das? Ganz einfach, durch den Einfluss, den er auf die Sinne der sinnlichen Wesen zu gewinnen wusste. Vor allem sammelte er bei den vornehmen Damen Roms Geld, um damit ein Kloster für belehrte Sünderinnen zu errichten und da er diese Damen zugleich zu Patronessen des Klosters ernannte, so steuerten dieselben schon aus Eitelkeit große Summen zusammen. Es wurde also in aller Schnelligkeit ein passendes Gebäude aufgeführt und nachdem es in seinem Inneren sehr zierlich und einladend hergerichtet war, mit dem schönen Namen zur heiligen Machta getauft. Ein eigentliches Nonnenkloster wollte Ignatius jedoch nicht draus machen, sondern seine künftigen Bewohnerinnen sollten das Recht haben, dasselbe nach Belieben wieder zu verlassen, wenn es ihnen nicht darin gefiele. Auch hatten sie aus eben diesem Grunde keinerlei Gelübde abzulegen und ebenso wenig mussten sie nach einer gewissen Regel leben. Kurz, jeder Zwang war zum Voraus verpönt und dagegen das Anlockenden durch die Aussicht auf ein bequemes Dasein ohne die Mühseligkeit der Arbeit und endlich viel gegeben. Nachdem es nun Ignatius so weit gebracht hatte, fing er an, nicht sowohl öffentlich als insgeheim für seine neue Stiftung zu werben. Und bald hatte er unter den ärmsten und verlassensten jener verlorenen Mädchen wenigstens einige Dutzende gewonnen, denen er sofort den pomphaft tönenden Namen Kongregation der Gnade der Heiligen Jungfrau beilegte. Was haben solche Dirnen mit einer heiligen Jungfrau zu tun? Muss man sich doch mal fragen, selbst als Katholiker? In unseren nüchternen Tagen würde man von einem Asyl oder Zufluchtsort für gefallene Mädchen gesprochen und dadurch natürliche Scheu in dasselbe einzutreten geweckt haben. Durch den Eintritt in die Kongregation der Gnade der Heiligen Jungfrau im Kloster St. Marta dagegen fühlten sich die Mädchen gehoben statt gedrückt und eine jede von ihnen hielt sich nun für eine Art von büßender Magdalena. Doch das war noch das wenigste. Sobald das St. Marta Kloster nur einigermaßen bevölkert war, fing Loyola an mit seinen schönen Büßerinnen große Prozessionen abzuhalten und entfaltete dabei einen solchen Glanz, dass immer ganz Raum auf die Beine kam, sobald er sich mit seinen eigentümlichen Gefolge auf der Straße zeigte. Voraus ging dabei stets ein Trupp hübscher Kinder, welche herrlich duftende Rauchfässer schwangen und auch einen Blumenregen über die gaffende Menge zu beiden Seiten ausschütteten. Dann kamen drei riesige Männer, von denen jeder noch eine riesigere Fahne trug. Auf der ersten standen mit Rubinen reich geschmückt die drei Buchstaben IHS also Jesus Hominum Salvator. Auf der zweiten prangte das Bild der Mutter Gottes mit der Unterschrift Kongregation der Gnade der Heiligen Jungfrau. Auf der dritten erblickte man das Bild einer wunderschönen Büßerin, welcher von drei Engeln die Märtyrer Krone aufgesetzt wurde. Auf die Fahnenträger folgte Ignatius umgeben von seinen Genossen alle im eng anliegenden bis zu den Knöcheln reichenden schwarzen Rocke und mit dem schwarzen breitrandigen aber an allen vier Seiten eingebogenen Hute wie ihn die Jesuiten heute noch tragen. Hinter Ignatius schritten die Bürgerinnen das heißt die Bewohnerinnen des Sankt Martha Klosters einher doch nicht im traurigen Büßer Gewande sondern in weiße Muffelin Röcke gehüllt und fröhlich aufgeputzt mit Blumen in den Haaren und Perlen Schnüren um den Hals. Den Schluss bildeten jüngere Mitglieder der Kompanie Gesellschaft Jesu den Rosenkranz in den Händen und die Blicke demütig zur Erde gesenkt. Alle zusammen aber fangen mit lauter Stimme die Hymne Vini Creatur Spiritus Komm Gott Heiliger Geist oder auch ein anderes entsprechendes Lied. Auf diese Art erschien Loyola mit seiner Kongregation der Gnade der Heiligen Jungfrau in den Straßen Roms und vor jedem Kardinalspalaste sowie insbesondere vor jeder Wohnung einer der vornehmen Patronessen wurde ein kurzer Halt gemacht wodurch sich die ersteren sowohl als die letzteren nicht wenig geschmeichelt fühlten So mal eben eine Note nehmen hier das war Seite 63 für den Titel nachher Die Folge war dass der Erfinder dieser Prozession von allen Seiten in seinem Unternehmen gefördert wurde und dieses gedieh also mehr und mehr trotzdem es die aufgeklärteren Römer selbst natürlich nicht an Spott fehlen ließen Ja einzelne der schönen Sünderinnen begeisterten sich förmlich für die Sache und so füllte sich das Kloster zur heiligen Martha in kurzem von oben bis unten an Der Name Ignatii aber erscholl in alle Lande denn man sorgte dafür dass überall hin berichtet wurde er habe sämtliche Lust Dirnen und Buhlerinnen Roms in fromme Büßerinnen verwandelt Wenn man sich nun übrigens dieses Werk Loyolas etwas näher bei Lichte betrachtet so dürfte der Nimbus ziemlich schwinden und namentlich darf man demselben einen eigentlich moralischen Wert nicht beilegen Einmal nämlich trat nur ein sehr kleiner Teil der anrückigen Damen was schon daraus erhält was schon daraus erhält dass das Kloster der heiligen Martha seine 300 Büßerinnen fasste und die Belehrung der römischen Lust Dirnschaft reduzierte sich demnach wenn nicht ganz auf Null so doch auf ein Minimum zum Zweiten war von einer wirklichen Bekehrung das heißt von einer Sinnesänderung und Besserwerdung wohl bei keiner einzigen der Büßerinnen die Rede sondern die Reue wurde vielmehr bloß zur Schau getragen und bestand in nichts als im Beichten der begangenen Sünden worauf dann sofort die Absolution erfolgte dessen ungeachtet erzielte Loyola dadurch zwei ungemeine Vorteile nämlich zuerst den dass der Heilige Vater also der Papst weil in die Welt hinaus posaunt wurde die ganze Zügellosigkeit Roms ins Kloster gegangen und weil infolgedessen die schweren Vorwürfe der Anhänger der Reformation über die Niederlichkeit der hohen Geistlichkeit am päpstlichen Hofe zurückgewiesen werden konnten sich ihm zum großen Danke verpflichtet fühlen musste der Papst musste sich Loyola aus diesem Grunde zu großen Dank verpflichtet fühlen und so dann den dass er durch das Beicht Hören so vieler Bußerinnen und Mätressen hinter eine Menge von Geheimnissen kamen die für ihn einen außerordentlichen Wert hatten das darf man ja nicht vergessen Entschuldigung das darf man ja nicht vergessen die ganzen Mätressen Dirnen Huren wie man so auch nennen will Lustdamen Mätressen Konkubinen sind ja alle als sie in dieses Martha Kloster gegangen sind sind ja immer durch die Beichte gegangen und die Beichte ist ja nun mal wie wir schon in anderen Lesungen gelernt haben die Basis der Informationsgewinnung für die Jesuiten und so mancher Mann wenn er es mit seiner Geliebten irgendwo sage ich mal sich vergnügt hat hat natürlich auch manche Geheimnisse fallen lassen und manche Informationen fallen lassen und diese Damen haben diese Informationen dann im Beichtstuhle dem Jesuiten weitergegeben und natürlich hat auf diese Art und Weise Loyola Informationen vergart mit denen er wahrscheinlich sogar den Papst unter Druck setzen konnte also man sieht wie ich sage jetzt mal sich beinahe hier der Kreis schließt oder was also im Grunde ist das alles immer irgendwie dasselbe der Zweck heiligt die Mittel durch die Beichte kann ich bei den Frauen Informationen gewinnen über die Leute von denen ich dann später was will und Loyola wollte ja was vom Papst also lesen wir den Satz nochmal dessen ungeachtet erzielte Loyola dadurch zwei ungemeine Vorteile nämlich zuerst den dass der heilige Vater weil in die Welt hinaus besorgt wurde die ganze Zügellosigkeit Rom sei ins Kloster gegangen also Rom ist sauber und weil infolgedessen die schweren Vorwürfe der Anhänger der Reformation über die Niederlichkeit der hohen Geistlichkeit am päpstlichen Hofe zurückgewiesen werden konnte der heilige Vater sich ihn zum großen Dank verpflichtet fühlen musste und so dann den dass er durch das Beichthören so vieler Buhlerinnen und Mätressen hinter eine Menge von Geheimnissen kam die für ihn Loyola einen außerordentlichen Wert hatten oder wie durfte künftig ein Kardinal oder sonstiger Vornehmer es wagen ihm in seinem Ordensvorhaben entgegen zu treten wenn derselbe sich bewusst war dass Loyola in seine Liebesintrigen und sonstigen Verirrungen von dieser oder jener Donner Olympia oder Julia wahrscheinlicherweise eingeweiht worden sei erpressbar überdies welchen Einfluss hatten nicht diese schönen Sünderinnen wenn sie wie meist geschah später aus dem Kloster St. Martha wieder in die Welt zurück traten auf ihre Liebhaber und welcher Spielraum wurde dadurch ihm dem Beichtvater gegeben darum beging Loyola nie in seinem Leben eine klügere Handlung als die sich der Buhlerinnen Roms anzunehmen und von dort an haben sich alle seine Schüler und Genossen stets bemüht vor allem das Weib ob angetraut oder nicht für sich zu gewinnen ja und wer da ein bisschen mehr drüber lernen möchte habe ich ja schon mal gesagt der sollte sich das Buch anschaffen von Charles Chenequay das gibt es auch als PDF zumindest im Englischen der Priester die Frau und der Beichtstuhl oder einfach nur der Beichtstuhl heißt im Englischen heißt es the priest the woman and the confessional ja wir reden hier über die Gründung der Jesuiten Charles Chenequay hat gelebt zwischen 1809 und 1899 und war 40 Jahre lang in der römisch-katholischen Kirche hauptsächlich als Priester unterwegs der kennt das Wandeln der Jesuiten der kennt das Wandeln der römisch-katholischen Kirche und hat deswegen da das Buch drüber geschrieben 50 Jahre in der römischen Kirche 50 Years in the Church of Rome wo er nicht nur über Abraham Lincoln und solche Sachen berichtet sondern auch eben über den Beichtstuhl das da eben heißt The Priest The Woman and the Confessional der Priester die Frau und der Konfessionsstuhl oder der Beichtstuhl und das ist glaube ich der deutsche Titel der Beichtstuhl besorgt euch das Buch lest das mal aber hier sieht man genau die Anfänge die Jesuiten regieren von oben nach unten das ist eine Hierarchie genau wie der römisch-katholischen Kirche eine Pyramide wo oben einer sitzt und unten sitzt die große Masse alles ist from the top down wie man so schön sagt also von oben nach unten geregelt aber die Informationsgewinnung die die fängt an in der breiten Masse und hier in diesem Fall hat Loyola ganz deutlich erkannt wenn ich mir die Informationen von diesen ganzen Mätressen und Konkubinen und von diesen Lustdamen und Huren hole dann hab ich die Männer mit denen sie Beziehungen haben in der Hand dann kann ich die erpressen genau genau wie der Autor das hier gerade gesagt hat wie kann sich denn ein Kardinal oder ein sonstiger Vornehmer es wagen ihn in seinen Ordensvorhaben entgegen zu treten wenn dieser Ignatius ihm dann auf einmal vorhält ja aber guck mal was willst du mir erzählen dass mein Ordensvorhaben nicht gut ist was willst du mich nicht unterstützen wenn du das und das und das an Sünde gemacht hast willst du dass ich das an die große Glocke hänge ah ne so funktionierte das damals zur Gründungszeit der Jesuiten und so funktioniert das heute auch ich mein was glaubt ihr denn warum die ganzen Politiker und sonstige Prominente aus der Musikszene und Filmszene und was weiß ich alles warum die so hörig sind warum da niemals einer mit der ganzen Wahrheit rauskommt weil die erpressbar sind es ist nicht nur dass ihnen Geld Ruhm Position Beruf Karriere Familie genommen werden kann es kann ihnen auch das Leben genommen werden und da solche Leute nicht die Versicherung in Jesus Christus haben weil sie Jesus Christus nicht als ihren Erlöser angenommen haben und Jesus Christus wie sagt man das jetzt verkünden vor allen anderen sondern ihn eher verleugnen und beleidigen deswegen sind diese Leute eben erpressbar ja und deswegen machen sie ihren Job die irdischen Gelüste die sind befriedigt wie es mit den spirituellen Gelüsten ist das ist eine andere Sache da gucken die im Grunde gar nicht nach und das nimmt hier ganz deutlich seinen Anfang ich finde das wunderbar dass der Griesinger das so deutlich macht diesen Punkt dass er sagt durch diese Lustdamen Konkubinen Mätressen Leichtfrauen Huren wie auch immer in Rom in ein Kloster zu stecken den die Beichte abzunehmen dadurch gewinnt Loyola und seine sein neu gegründeter Orden an Macht die man sich so gar nicht vorstellen kann und genau so ist das heute auch noch ganz genau so ist das heute auch noch auf diese Weise fasste Loyola festen Fuß in Rom und als er nun glaubte der Gönner und Beeinflusser des Papstes hinlänglich viele gewonnen zu haben ließ er im August 1539 sein inzwischen fertig gewordenes Ordensstatut durch den ihm so sehr gewogenen Kardinal Contarini seiner Heiligkeit dem Papste der sich damals zu Tibur aufhielt übergeben dieser beauftragte den Pater Thomas Badia einen damaligen Oberhofmeister also Magistrum Sacripalati also ein Obersthofmeister also Magistratum Sacripalati der aber nachmals zum Kardinal erhoben wurde die Schrift durchzulesen nahm sie aber als Badia ihr großes Lob zollte doch auch selbst in die Hand und rief nachdem sie sorgfältig geprüft voller Staunen und Bewunderung Digitus Digitus Dei Est Hick oder Hock Est Digitus Dei wie ich bis jetzt immer vorgelesen habe der Finger Gottes ist darin das ist der Finger Zeit Gottes erinnert euch bitte an die Folge die ich gerade auf meinem zweiten Kanal hochgeladen habe also gerade jetzt Anfang März von Herrscher des Bösen. Hock est Digitus Dei. Das ist genau das. Digitus Dei est Hick, zu Deutsch. Der Finger Gottes ist darin. Der Finger Gottes ist in den Konstitutionen, in der Verfassung der Jesuiten. Welcher Gott. Sofort fährt der Auto fort, ließ er am 3. September 1539 den Ignaz vor sich rufen, machte ihm die größten Lobsprüche und erklärte ihm, dass die Bestätigung der neuen Gesellschaft gar keinen Anstand habe. Wer aber war nun froher als Loyola? Doch leider trübte sich diese Freude sogleich wieder, denn wie er nun darauf drang, dass seine Heiligkeit die mündliche Gutheißung des Ordens auch schriftlich, das es durch eine Bulle bestätigen möchte, da kamen dem Beherrscher der Christenheit noch nachträglich einiges Grubbeln. Die Sache sei allzu wichtig, meinte jetzt der Pontifex, als dass er seinen eigenen Ein- und Ansichten ganz allein vertrauen dürfe. Sie müsse vielmehr, wie bei allen eingreifenden Kirchenfragen üblich, von einer Kommission von Kardinälen zuvor geprüft werden, und erst wenn diese ein günstiges Gutachten ausstellten, könne er als Papst das letzte Ja-Wort geben. In der Tat ernannte er auch sogleich eine solche Kommission, bestehend aus drei der vornehmsten Kardinäle, jetzt sage ich euch schon mal, bevor ich das gelesen habe, die Loyola natürlich wegen seiner leichten Damen in der Tasche hatte. Allein es musste als ein schlechtes Omen gelten, dass der eine dieser drei, der eben so gelehrte und rechtschaffende und kluge Kardinal Bartholomäus Guidicini war, welcher, wie man allgemein wusste, die geistlichen Orden durchaus nicht begünstigte. Den Ignatz erfasste daher eine große Angst für das Geschick jenes Statuts und dass er guten Grund zu dieser Angst hatte, das bewies die nächste Zukunft. Guidicini nämlich erklärte von vornherein, dass die vorgeschlagene Gesellschaft schon deswegen durchaus unzulässig sei, weil die vierte lateranische Synode vom Jahr 1215 und die zweite Konnitsche von anno 1274 sich ganz bestimmt gegen alle und jede Errichtung vom neuen Orden ausgesprochen habe. Selbst übrigens dann, wenn dieses kirchliche Verbot nicht bestände, müsste man von der Bestätigung der von Loyola proponierten Gesellschaft, also heute sagen wir proposiert, vorgeschlagenen Gesellschaft absehen oder abstehen, weil dadurch nur der Neid und die Eifersucht der schon existierenden Orden geweckt würde. Und es bestehe doch wahrhaftig des Hasses und der Zwietracht schon so viel in der Kirche, dass man jeden Anlass zu neuen Konflikten aufs Sorgfältige vermeiden sollte. Schafft lieber, sagt er am Schluss seines Gutachtens, die Orden ganz ab oder reduziert wenigstens ihre übermäßige Anzahl, als dass sie einen Zuwachs von Mönchen ins Leben ruft, die, wie wir alle wissen, gegenwärtig dem päpstlichen Stuhl mehr Schaden als Nutzen bringen. Auf den hätte man damals mal hören sollen. Mal sehen, ob ich noch recht habe mit meiner Vorhersage hier. So urteilte Kardinal Guiricioni und seine beiden Mitkollegen stimmten ihm wenigstens am Anfang vollkommen bei, so dass der ehrgeizige Loyola fast in Verzweiflung geriet. Endlich aber! Endlich, nachdem ihr Widerstand fast anderthalb Jahre gedauert hatte, gelang es doch den Bemühungen Ignazi und seiner Freunde, sie umzustimmen, und schließlich verwandelte sich selbst der Kardinal Guiricioni aus einem Feinde des Ordens in seinen eifrigsten Fürsprecher. Ach ja? Worin lag nun der Grund zu dieser Sinnesänderung? Einzig und allein darin, dass die Kardinäle die Überzeugung gewannen, Zitat, Die neue Gesellschaft werde ein Hebel sein, an dem sich der durch die Reformation sogar sehr erschütterte römische Katholizismus wieder emporraffen könne, ein Hebel und Stützpunkt für den Papst und das Papsttum, wie bisher noch keiner existiert habe. Da geht es in eine Fußnote, die wohl auf der nächsten Seite weitergeht. Dass der Papst den Jesuitenorden nur allein aus Nützlichkeitsgründen, das heißt, darum, weil er glaubte, dass durch ihn die gefundene Papstmacht wieder zur Ehren gebracht werden würde, bestätigt hat, darüber sind alle Schriftsteller einig. Und es äußert sich, zum Beispiel, der gelehrte Schreck, in dieser Hinsicht folgendermaßen, Zitat, Die Aufnahme und Begünstigung des Jesuitenordens durch den Papst ist bei dem damaligen Zustande der katholischen Kirche nicht zu verwundern. Vielmehr musste er dem römischen Hofe sehr willkommen sein. Dieser hatte bereits ein so großes Gebiet durch Luthers und Calvins Reformation verloren und stand in Gefahr, immer noch mehr einzubüßen. Die alten Mittel der Päpste, die Christen im Gehorsam zu halten, also Katholiken, waren nicht mehr ausreichend. Die übrigen Orden und geistlichen Gesellschaften, die ihnen sonst wichtige Dienste dabei geleistet hatten, waren schwach und verfallen in ihrem Innern und genossen wenig Ansehen mehr in ihrer eigenen Kirche. Es wurden daher so unternehmende und glückliche Gegner, als die römisch-katholische Kirche damals hatte, kräftige Anstalten und tätigere Verteidiger gefordert. Dazu bot sich eine Gesellschaft an, die sich den Befehlen der Päpste und allen Bedürfnissen der Kirche mit dem unbedingtesten Gehorsam zu widmen und aufzuopfern versprach. Warum sie also zurückpfeifen? Soweit die Fußnote. Im Text fahren wir fort und ich lese nochmal eben den letzten Satz. Worin lag nun der Grund zu dieser Sinnesänderung? Einzig und allein darin, dass die Kardinäle die Überzeugung gewannen, dass die neue Gesellschaft werde ein Hebel sein, an dem sich der durch die Reformation sogar sehr erschütterte römische Katholizismus wieder emporraffen könne und ein Hebel und Stützpunkt für den Papst und das Papsttum wie bisher noch keiner existiert habe. Diese Überzeugung aber gewann sie teils dadurch, dass sie das Statut des Ordens und seine darin dargelegten Grundsätze und Regeln einer nochmaligen und sehr genauen Prüfung unterwarfen, teils aber auch durch die erläuternden Zusätze, zu denen sich Loyola und seine Freunde verstanden. Nachdem nun übrigens das mit der Prüfung des Ordensstatuts beauftragte Kollegium sich günstig für dasselbe ausgesprochen hatte, nahm natürlich der Papst selbst keinen Anstand mehr, die neue Gesellschaft unter dem Namen Societas oder Gesellschaft Jesu feierlich zu bestätigen. Und zwar geschah dies durch eine eigene vom 27. September 1540 datierte und mit den Worten Regimini militantes ecclesia beginnende Bulle. Boom! Das habe ich schon immer behauptet und viele Leute waren sich nicht sicher, war das nur ein Enzyklikal oder war das eine Bulle und hier bei Griesinger lesen wir einmal die Geschichte, die hinter der Bulle Regimini militantes ecclesia steht. Sehr, sehr wichtig. Ja, am 27. September 1540. Man sieht, wie lange Loyola damit beschäftigt war, die Gesellschaft aufzubauen. Mit der Gesellschaft Jesu gehen wir hier in eine weitere Fußnote eben nochmal rein. Mal sehen, ist das die letzte? Ja, das ist die letzte. Dann ist das Kapitel hier auch zu Ende. Gehen wir nochmal eben in die Fußnote hier rein, die hier steht über die Gesellschaft Jesu. Da lesen wir dann, die meisten übrigen Orden nannten sich nach ihrem Stifter. Loyola aber wollte keine Loyoliten oder Ignatianer, sondern er wollte Jesuiten, weil nicht er, sondern zwischen Anführungsstrichen Jesus, der bleibende Heerführer, der von ihm gegründeten Gesellschaft sein sollte. Eben deswegen hatte er auch von Anfang an im Sinn seiner Gesellschaft den entsprechenden Namen Phalanx Jesu oder auch Compania di Jesu. Das ist auf Deutsch Gesellschaft Jesu und auf Lateinisch Societas Jesu zu geben. Und es war also nicht der Papst Paul III., der diesen Namen erfand, sondern vielmehr ganz allein Ignatius von Loyola. Die Benennung Jesuit wurde übrigens erst nach Loyolas todegebräuchlich und kam, wenn man dem berühmten Etienne Pasquier, dem Advokaten der Pariser Universität, in ihren Händen und dem Jesuitenorden, in ihren Händen mit dem Jesuitenorden in der letzten Hälfte des 16. Jahrhunderts Glauben schenken darf, zuerst in Paris auf. Früher nannten sich die Jesuiten Gefährten Jesu, wie ich oben bereits erzählt habe. Also und auf diese Weise ist der Jesuitenorden ins Leben gerufen worden. So wie wir gerade gelesen haben. Und damit endet das dritte Kapitel und wir werden nächstes Mal in einem neuen Video fortfahren und anfangen das vierte Kapitel zu lesen, die Einrichtung und das Gesetzbuch des neuen Ordens. Hier haben wir über die Lesung gesprochen, wir haben über die Gründung des Ordens gesprochen, welchen Widerstand Ignatius von Loyola erfahren hat. Wir haben gelernt, wie er sich die Lustdamen, die Konkubinen, die Mätressen, die Huren, die leicht zur Verfügung stehenden Frauen vereinnahmt hat. Wie er denen eine Möglichkeit gab, in diesem Orden einzutreten und durch die Beichte die Information zu gewinnen. Also gut, ich war mit meiner Vorhersage nicht ganz richtig. Es ist ihm wohl auf andere Art und Weise gelungen. Zumindest steht das so in dem Buch hier nicht drin. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch die Kardinäle wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise unter Druck standen von Ignatius von Loyola. Macht mir kein Mensch weiß, dass die zwischen Anführungszeichen Heilige waren. Jedenfalls hat Loyola wohl ein natürlich anderes Statut vorgestellt als andere Mönchsorden und deswegen ist seine Ordnung ja auch nie ein Mönchsorden gewesen, sondern nennt sich im Grunde die Kirche im Krieg. Regimini Militantis Ekklesial. Und wir haben jetzt die Geschichte dieser päpstlichen Bulle gelernt und werden dann nächstes Mal fortfahren und uns noch tiefer mit der Geschichte der Entstehung der Gesellschaft Jesu beschäftigen. Ein sehr wichtiges Thema. Vor allen Dingen für die ganzen Leute, die immer diesen ganzen Quatsch hören von den Juden miteinander macht. Die lernen jetzt endlich mal, wie das wirklich zusammenhängt. Ich bin dem Griesinger sehr dankbar dafür, dass er dieses Buch geschrieben hat. Ich finde es sehr erhellend. Das ist das Mindeste, was ich darüber sagen kann. Ich werde mir jetzt noch Gedanken über den Titel für dieses Video machen und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zur fünften Lesung, zur sechsten Lesung im vierten Kapitel und bis dahin danke ich euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für eure Kommentare, auch fürs Weiterverteilen. Also wenn ihr soziale Netzwerke gebraucht, wie Facebook und ihr könnt da Videos drauf verteilen oder andere soziale Media, dann macht das bitte. Es gibt auch noch Dailymotion und was ähnlich für Videoplattformen oder Vimeo. Ich habe auf Vimeo ja keinen Bezahlkanal, deswegen habe ich damit aufgehört. Meine Videos stehen da noch, solange sie noch zugänglich sind, aber da ist jetzt alles bezahlend geworden und da mache ich dann natürlich nicht mit, das kann ich mir auch nicht leisten. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Dinge zu verteilen, auf welchen Plattformen auch immer, unverändert, dann bitte ich da ganz ausdrücklich drum. Je mehr Leute die Entstehungsgeschichte der Jesuiten verstehen, je mehr Leute verstehen, dass die Jesuiten nicht dieser zwischen Anführungsstrichen tolle Orden sind, für den sie sich überall ausgeben, je mehr Leute das Verstehen, desto besser das ist. Je mehr Leute werden begreifen, dass der Papst der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Also, ich danke für euer Zuhören und Zuschauen und Teilen und Kommentieren und bis zum nächsten Mal. Jörg von Jogler 66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf allen euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. O magnify the Lord with me and let us exalt his name together. O magnify the Lord with me and let us exalt his name together. Let's magnify the Lord so that he is seen more clearly. Psalm 34, verse 3 Let's exalt his name together by living pure and holy by living pure and holy. Psalm 34, Psalm 34, verse 3 O magnify the Lord with me and let us exalt his name together. O magnify the Lord with me and let us exalt his name together. And let us exalt his name together.